Herzlich willkommen hier im Kamerhaus Ibn Hanwing-Schonköln zur Selbstverteidigung. Ich zeige euch ein paar coole Geschichten, mit denen man sich relativ schnell verteidigen kann. Da braucht man nicht sonderlich viel Kraft und auch nicht zu lange trainieren. Natürlich, Kampfkunst allgemein dauert Jahre, aber mit so ein paar kleinen Tricks kann man sich relativ schnell behelfen. Da geht es als erstes mal um die Struktur. Das geht um enge Situationen. Ich werde zum Beispiel geschubst. Stopp! Kommt wieder. So schnell geht das natürlich am Anfang nicht, aber wenn man schon mal Folgendes nicht macht. Er schubst mich und ich kauere mich zusammen und er kommt und da hat man schon viel gewonnen. Das erste wäre also, er schubst mich. Stopp! Mehr im Kurs. Danke dir.